mehr wie nicht klappen kann es ja nicht bitte warten bitte warten hallo es sind bloß 600 spieler in der worteschlange auch nur BDR Churchill KV1 mein Lieblingspanzer 4H Matilda ist da wahrscheinlich noch das geringste Problem der Hetzer aber ich weiß eine Stelle wo ich mich hinstellen werde und zwar auf die 0 und hoffe dass ich da ein bisschen was zu essen kann die Chancen stehen relativ sehr schlecht vielleicht können wir zumindest ein bisschen Schaden austeilen auch stehen wir nicht im Weg hallo geht doch ups ups alter Schwede geht's noch da ist schon jemand zum spotten Gucken wir mal und zwar da drüben werde ich mich hinstellen das hat bis jetzt schon ein paar mal relativ gut funktioniert aber ich glaube ich bin ich der einzige der den Gedanken hat oder doch ich werde gleich wieder in den Kommentar kommen oder aus dem Chat ähh Camper nur gelaufen Camper und da kommt ein BDF der könnte schon mal freiwilliger werden die kommen alle aus der Mitte raus kommt keiner von hier ich bleib jetzt trotzdem mal hier stehen ich bleib jetzt ich bleib jetzt ich bleib jetzt Da hat gerade einer auf mich geschossen. Geht ja mal gar nicht. Go nid. Nein, bleib stehen. Wo ist er? Nein, brauche ich gar nicht anfangen. Da verrate ich mich bloß. Da verrate ich mich bloß. So, kommt jetzt der BDA durch, oder nicht? Churchill ist noch nicht aufgedeckt. Ah doch, da hinten. Probieren wir es mal. Hätte ja klappen können. Na, da sehe ich gerade so die Spitze. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, ich werde da mal vorfahren, den wir beim BDA unterstützen. Okay, lieber doch nicht. Dann fahren wir lieber wieder zurück. So, der fährt da lang. Könnte ich es doch mal probieren. Wir haben sich nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Ja, wie erfüllst du das noch sagen. Sie sind mir schon klar, dass der nicht durchgeht. Nee, ich gehe in 5er schieße. Das ist wahrscheinlich nicht mal mitgekriegt. Die M5 hat sich zurückgezwungen. Das ist gut. Natürlich, wenn Sie mich jetzt hier sehen, dann bin ich am Arsch. Auf gut Deutsch. Aber es sind eigentlich bloß noch die zwei. Von dem her müssten wir jetzt doch noch ein bisschen Schaden austeilen. Ansonsten haben wir das Gefecht gewonnen mit null Schaden verrichtet. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber ich glaube, bis ich dort bin, wird es ja so rausgehen. Ja. Ach du Kacke. Wie ist das, machst du das verkehrt? Da wartest du drauf, dass ich durchkomme, was ich sonst eigentlich immer schaffen. Und dann? Nee, kommt keiner durch. Naja. Besser als nix. Warum gibt es jetzt da keine? Nee. Weil ich nicht unter den besten 10 bin. Ja, okay. Habt's verstanden. So. Und der hat jetzt... 5300 können wir noch. Gut, dann nehmen wir mal den nächsten. Ausführung A. Ausführung A. Mal schauen, was gucken. Und dann gehen wir mit dem ins Gefecht. Naja, so gefällt mir das doch schon besser. Lauter Dreier. Deswegen ist es mal schön, schönes Balancing drin. Und den Schnitzeljäger haben wir. Aber wir können eigentlich schon nicht mehr verlieren. Und nein, ich kenne den Schnitzeljäger nicht. Aber dann haben wir jetzt egal. So, ich werde mich in die Stadt begeben. Oder zumindest nahe der Stadt auf F6 irgendwo in der Gegend. Welch Cruiser 2 hilft mir jetzt? Soll ich was machen? Wo ist er denn? Wo ist der Zonder? Zonder? Wo ist der Zonder? Ist ja kein Zonder. Wo fährt hier ein Cruiser 2? Da hinten. Ups. Naja. Gehen wir uns mal den Spaß fangen. Zonder hinterher. Zonder ist da ein Auto, oder? Ich glaube schon. Nö, 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 nö. Wo ist denn da Zonder? Zonder? Ist der schon weg? Oh, der ist schon weg. Da habe ich nicht so viel passt. Deswegen hat er geschrieben, hilf mir. Ich werde mal da rüberfahren auf die Insel. Ich werde jetzt mal gar nicht mehr auf die andere Seite fahren. Boah, ist ja klar. Motor wurde beschädigt. Er zieht nicht mehr. Ach komm, das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Ja, das fahre ich mal so oder so. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Dann nehmen wir halt den da. Ein paar haben wir ja noch. Dann fahren wir jetzt nicht. Dann nachher mit dem anderen nochmal. Kampfwagen 4, Ausführung D. Das hätte eigentlich so schön laufen können. Ich hätte da bloß das gemacht, was ich fahre. Das ärgert mich jetzt schon wieder. Oh komm. Ich glaube, ich muss den Server wechseln. In zwei Server, da ist es immer irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Perlfluss. Meine Freude hält sich in Grenzen. 3 KV1. Meine Freude hält sich noch weniger in Grenzen. Wir fangen hier oben gleich an. Ich fahre doch lang. Da. Da. Angriff. Schnellen Überfahren. Das ist ja nicht so. Vielleicht sollte ich ja mal ein bisschen mehr defensiv spielen. Aber vorrücken macht Spaß. Können wir jetzt hier irgendwo verstecken. Könnte ich darauf warten, dass sie kommen. Die Stock fährt vorne. Dann könnte ich theoretisch hier warten. Und scheiße, weil ich nichts sehe. Mist. Dann fahren wir mit. Das wird zwar wieder mein Untergang sein, aber hilft ja nix. Ups. Alter, bis hin zu. Hallo? Tut mir ja nicht wie. Hallo? Da kommt einer. Boah, fährt der genau vor mir, vor meine Linse. Das kann ja nicht sein, oder? Ich werde da gleich sehen, was das Kohle kostet, wenn man jemanden anschießt. Das ist nicht gerade wenig. Das werden wir flankieren. Können wir mal machen. Schon weg. Gut. Die haben aber noch ein paar. Kommt die mit, die Collagen? Jo, die kommt mit. Mal gucken. Kann man ja doch fahren, das Wasser? Ich hoffe doch. Oh oh. Ich fahre mal lieber da nochmal zurück. Nicht, dass die Hilfe brauchen, die Collagen. Bis jetzt hat er mich noch nicht gesehen. Das könnte dann ein bisschen eine Überraschung sein. Vor allem, weil der M7 auch noch kommt. Vielleicht kommt der M3 auch noch. Das Thuart. Der ging nicht durch. Was ist er jetzt? Ach komm. Und da war der M7, so wie ich es gesagt habe. Vor allem, weil ich es gerade noch gesagt habe, dann bin ich ja nur so dumm und was mache. Nee, nee, nee. Egal. Das wird wohl zu Ende sein und verloren sein. Dann nehmen wir jetzt gleich nochmal den anderen Dreher, weil es gerade so schön war. Siehst du? Niederlage. Aber wir gucken es uns trotzdem an. 55 Erfahrungen. Klimaauswertung. Waren wir immer noch unter den besten 10. Wenn ich euch so schnell weiterklicke, könnt ihr ja Pause drücken. Jupp. 1.000 von 40.000 haben wir ja schon. Ist doch mal was. Jetzt sind wir jetzt noch warten. Ja, jetzt nehmen wir den. Und fahren gleich nochmal ins Gefecht.